Manchmal bekommen wir in der Kirche richtig viele Reaktionen. Wann immer wir uns zum Beispiel zu gesellschaftlichen Entwicklungen äußern, gibt es lebhafte Resonanz, auch medial und manchmal entstehen sogar richtige Brieffreundschaften. Als Kirche sind wir keine Partei, die das Tagesgeschäft kommentiert, aber wir mischen uns immer wieder ein, wenn es um Menschen geht. Der war nahe den Menschen, die am Rande der Gesellschaft waren. Er kümmerte sich um sie, er ging ihnen nach, er hatte ein Herz für sie. Die Botschaft vom Reich Gottes, einem Reich des Friedens und der Gerechtigkeit, die hat er den Menschen nahegebracht. Er hat Menschen bewegt und so die Welt verändert. Wann immer wir uns als Kirche zu Kinderarmut äußern, zu drohender Altersarmut, wenn wir davon sprechen, dass die Schöpfung vor die Hunde zu gehen droht oder wenn wir von der Situation der Flüchtlinge an den EU-Außengrenzen sprechen, dann bekommen wir richtig viel Resonanz, durchaus viel Zustimmung, aber auch oft Kritik. In den letzten Tagen ist mir eine Haltung begegnet, die der Kirche vorwirft, ihr seid in diesen Corona-Zeiten viel zu still. Ist das richtig? Ich glaube, es ist ein bisschen richtig, es ist aber auch ganz falsch. Ich meine das so. Natürlich haben wir uns darum gekümmert, wie Menschen Gottesdienst feiern können in Corona-Zeiten. Zu Hause am Wohnzimmertisch oder am Esszimmertisch. Und wir haben Menschen ermutigt, zu beten, für sich, für andere die Welt ins Gebet zu nehmen. Wenn wir beten, sind wir genauso bei unserer Sache, wie dann, wenn wir etwas tun für die Partnerkirchen im Kongo, auf den Philippinen oder in Namibia. Diakonische Arbeit und Beten, beides gehört zusammen. Zurück zu der Behauptung, die Kirche ist zu still. Ja, es gibt eine stille Seite in der Kirche. Da geht es um Diskretion und Verschwiegenheit. Seelsorgerinnen und Seelsorger arbeiten in der Stille. Von ihrer Arbeit bekommt nur der Mensch mit, der gerade besucht wird, der begleitet wird, mit dem gebetet wird. Da ist keine mediale Präsenz. Aber das ist ein ganz starkes Stück unserer kirchlichen Arbeit. Sie passiert an vielen Orten, in Krankenhäusern, in Kirchengemeinden, in Justizvollzugsanstalten und und und. Kirche ist still. Ja, manchmal ist Kirche still, aber in richtig gutem Sinne. Und das, was in der Stille passiert, da geschieht ja durchaus eine ganze Menge.